Die Spitzung ist natürlich die Fahne mit dem Zeichen von dem König von Carlos Vesel. Die Infanteristen handeln, die lauten von den Posten, werden große, und es sind schwerere Sorge von den Infanteristen. Die Kräfte sind große, sie fehlen von vielen Fahnen, aber sie sind gefährlich. Da haben sie hier extra die Schrauben runtergebracht, aber das ist wahrscheinlich knallig. Das war's. 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 War's. Wir werden jetzt hier wieder schocken. Komm her, komm her! Komm her, komm her! Komm her, komm her! Sie müssen Verstärkung haben. Wie soll es das werden? Ah, ich sehe die schwedische Infarktrisen. Das wird vielleicht helfen. Jetzt wird die Kanone geschossen. Die Vatriebe vorgehalten sich für eine Hand hoch. Ja, sehr gut! Werden die Themen antworten? Ja, so her! Oh nein, ja! Ja! Hallo! Hallo! Hey! Hey! Hallo! 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 Ja, ja, ja. Hallo! Hallo! Ich hab auch die Rücken gestoppt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.